Papst Franziskus wird seit gestern Nachmittag in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Laut Vatikan leidet der 86-Jährige an einer Atemwegserkrankung. Bei der allwöchentlichen Generalaudienz gestern auf dem Petersplatz waren dem Papst gesundheitliche Probleme teilweise schon anzumerken. Inzwischen soll es Franziskus etwas besser gehen. Ob er an den Feierlichkeiten zu Ostern in der kommenden Woche mitwirken kann, ist allerdings noch nicht bekannt. Fragen wir nach bei Rüdiger Kronthaler in Rom am Gimelli-Krankenhaus. Rüdiger, was gibt es Neues zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus? Heute Mittag gab es ein offizielles Bulletin des Vatikan, dass der Papst die Nacht gut verbracht hat, dass es ihm besser gehe. Folge auch dem medizinischen Programm. Ich stehe jetzt vor dem Gimelli-Krankenhaus. Hinten im obersten Stockwerk, da sind 5 Fenster nebeneinander mit heruntergelassenen Rollläden. Dahinter befindet sich die Privatwohnung des Papstes im Krankenhaus. Dort hat er heute auch eine Messe gefeiert. Er hat auch gearbeitet, die Zeitung gelesen. Das ist das, was offiziell mitgeteilt wurde. Er folgt weiter dem medizinischen Programm und wird auch noch ein bisschen im Krankenhaus bleiben. Ist denn näher bekannt, was für ein Atemwegsinfekt das ist? Also reden wir über eine Bronchitis oder über eine Lungenentzündung? Nein, also genaueres wissen wir nicht. Lungenentzündung wurde ausgeschlossen. Covid soll das auch nicht sein. Aber diese Mitteilungen sind immer sehr dünn. Da erfährt man keine wirklichen Details. Und generell ist die Informationspolitik des Vatikan sehr, sehr, sehr restriktiv. Das nähert natürlich Spekulationen. Gerade gestern, er hat ja gestern die Audienz noch gemacht. Er hat das ganze Programm gemacht. Er hat noch mit Kindern gesprochen. Und dann plötzlich hieß es, er ist im Krankenhaus und es sei alles geplant gewesen. Es nähert natürlich Zweifel, dass es nicht so ist. Papst Franziskus ist 86 Jahre alt. Und ja, ich glaube, man kann sagen, er ist auch ein Risikopatient. Und deswegen jetzt auch die große Aufregung, auch die große Besorgnis. Ja, du sprichst die Besorgnis an. Das Wohl des Papstes liegt natürlich Millionen Katholiken sehr am Herzen. Wie reagieren denn die Menschen in Rom? Gibt es da große Anteilnahme auch am Krankenhaus? Also hier am Krankenhaus heute jetzt nicht. Gestern Abend waren wohl Menschen da. Wenn ich jetzt rechts zu mir schaue, das sind vor allem die Medien, die Welt, die hier ist. Und jetzt gerade hierher schaut aus der ganzen Welt, sind Medienvertreter da. Der amerikanische Präsident Biden hat sich geäußert. Er hat ja ein relativ enges Verhältnis zum Papst. Auch der italienische Staatspräsident hat sich geäußert. Und Papst Franziskus hat über Twitter mitteilen lassen, dass ihn die vielen Genesungswünsche sehr berühren. Also twittern geht auch schon wieder. Das ist ja ein gutes Zeichen. Wie ist es denn grundsätzlich um seine Gesundheit bestellt? Ja, Papst Franziskus ist 86 Jahre alt. Er hat ja große Knieprobleme. Und ich glaube, das noch größere Problem, wenn man das sagen darf, ist, er scheint wohl nicht wirklich den ärztlichen Ratschlägen zu folgen. Zumindest das, was man aus dem Vatikan hört. Man sagt, dem Arzt, der mir wirklich vertraut, das sei er selbst. Also er schont sich nicht. Es ist nicht bekannt, ob Papst Franziskus irgendwann auch mal Urlaub macht. Wir kriegen als Journalisten immer die ganzen Programme mit, wo er da ist, wo er auch präsent ist. Wo er quasi, wenn er Menschen empfängt, wenn er sich in Diskursen, wo er quasi Diskussionen, die er führt. Also von daher und auf der anderen Seite, ich glaube, man darf das sagen, er ist tatsächlich auch ein bisschen übergewichtig. Und nach diesen Problemen, die er hat auch, also er kann sich nicht mehr so bewegen. Ja, man, das ist natürlich, wenn man so will, natürlich ein Risikopatient. Und deswegen auch die große Aufregung. Ja, er hat diese Knieprobleme. Und er soll auch Sorgen haben, sich überhaupt operieren zu lassen, weil er eben auch Sorgen vor einer Narkose hat. Er wurde 2001 hier auch im Gemelli-Krankenhaus operiert. Und da gab es dann Komplikationen. Trotzdem, was der Vatikan jetzt offiziell mitteilt, ist, dass es ihm besser geht und dass es ihm stabil geht. Und dass er im Prinzip schon wieder seine Geschäfte so halbwegs vom Krankenbett aus aufnimmt. Und auch die Alltagsbelastung für einen Papst ist natürlich nicht ohne in dem Hohen Alter. Vor allem an Ostern. Die Feiertage stehen an. Das höchste Fest im Christentum. Ist denn schon absehbar, ob Franziskus daran teilnehmen kann? Offiziell wurde noch nichts anderes verlautbart. Allerdings, man geht davon aus, dass es jetzt Palmsonntag, also kommenden Sonntag, dass er das wohl nicht zelebrieren wird. Da könnte es sein, dass er den Angelus dann hier vom Krankenhaus aus macht. Das hat Johannes Paul II. dann auch gemacht, als er im Krankenhaus war. Ja, und dann beginnt die Karwoche. Ich sage mal so, wir fahren alle sehr auf Sicht. Es gibt dazu noch keine offiziellen Mitteilungen. Es ist natürlich eine sehr, eine besondere Woche. Im Gründonnerstag trifft er traditionell ja Menschen vom Rand der Gesellschaft, wie es mal heißt, Gefangene, Häftlinge, die er aufsucht. Karfreitag, dann die Prozession am Kolosseum. Dann Samstag, die Osternacht. Und dann Sonntag, der große Sonntags, der Ostersonntagkottesdienst mit Urbi et Orbi. Wir wissen es nicht. Wir fahren gerade sehr auf Sicht. Und es wäre letztendlich Spekulation zu sagen. Es kann sein, dass er auch nächste Woche wieder rauskommt aus dem Krankenhaus und dass er das tatsächlich dann auf sich nimmt. Danke erst mal für diese Information zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus an Rüdiger Kronthaler.